Dreiunddreißig Eisen Hahahaha, du bist gestorben Hahahaha Mann, du bist so schlecht Herzlich willkommen zur, was weiß ich, befehlten Folge Minecraft Dingsbums Together? Genau, together, ja Ich hab meine Sachen auf jeden Fall wieder gefunden Ich hab jetzt Wächzehneisen Wichser Was gibst du mir davon ab? Ich will davon was abhaben Nee, ich brauch das als erstes für meinen Mitbewohner Nein Doch, der so toll ist der Drei Stück Du musst dir den unbedingt angucken, der ist echt attraktiv Ach, ist er das? Oh ja So, aber Ist es fast so Ist also Du stehst ja immer auf dem Bachelor Also du guckst ja immer fleißig den Bachelor Nein, ich guck die Bachelorette Das gibts wirklich Ja, ich weiß Das ist richtig behindert, ne? Ja, ach Doch Ja, ich weiß Krass, weißt du denn das? Seit wann guckst denn du solche Serien? Aus Werbung so, weißt du? Ich guck so Ich guck so, äh Äh, was ist denn so ne typische Serie? Du weißt Anatomy? Nee, das guck ich nicht Meine Mutter aber Oh, das regt mich immer voll auf Brauchst du gelben gefärbt Gelb gefärbten Ton? Ich hab hier ein bisschen Ich hab hier ein bisschen was für dich Ich hab hier ein bisschen was für dich Och Damit könne ich erstmal das Loch hier flicken Baff Zack Ich schmeiß dir das mal in deine Truhen, ne? Kannst du gerne machen Mach ich auch Dazu verpflichtet fühlst Ja Da muss ich dich abschlachten? Nee Alter, das sieht das geil aus Dieses schwebende Ding links an deinem Haus Das ist so dumm Ich weiß auch nicht, warum ich das da hab Aber Das sieht ja mal richtig knorke aus Ja, recht attraktiv, oder? Auf jeden Fall Da würde ich direkt einziehen hier Mit schönem luftigen Blick Jetzt müsst du noch eine Ein Ach, wie heißt das? Ein Glasboden machen Ja, mach ich Gut Okay So, acht Eisen Danke sehr Diamantsch Nett von dir Oh, weiß gefärbten Ton Hm, attraktiv, attraktiv Klau ich mir mal, ne? Was ist schön da drinnen? Ich hab den weiß gefärbten Ton jetzt genommen und gegen meinen gelb gefärbten Ton geklaut Geklaut Kleiner Wichser Ja, okay, ich geb's dir ja wieder Hast du nicht gleich so aus? Bitte sehr, da hast du deinen einen doofen Stack, ey Ja, ein doofen Stack Pisser Ja, mehr war das nicht Da war nur Ines Dacke Ja, nur Das hast du recht, nur War jetzt nicht so viel Nur ein Stack geht ja noch, ne? Genau Ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde Also da müsste ich jetzt drum trauern oder so Ist ja halt nur ein Stack Boah, wenn ich hier drin, wenn ich hier drin sterbe, ne? Dann, dann darfst du mich auslachen Okay Ich mach mich schonmal bereit Oh, 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 oh Oh, 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 oh Also ich hab jetzt 33 Eisen Hahahaha Du Wichser, du bist gestorben Hahahaha Hahahaha Mann, du bist so schlecht Hahahaha Jetzt fühlst du dich cool, ne? Da unten Du bist so doof Nein Dass du da unten irgendwas in den Chat geschrieben hast Hab ich nicht Nein Wie kommst du nur da jetzt drauf? Geh mal schnell schlafen, bitte Bitte Will ich nicht Jetzt bitte schlafen Bitte Ja, warte kurz, ey Bitte, 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 bitte Ja, ist ja gut Ich bin ja schon auf dem Weg Rast du nicht immer so aus, ey Mann Wenn du mich jetzt ein Skelett oder sowas angreifst Dann bin ich am Dann bist du tot Was? Vielen Dank Vielen Dank Bitte sehr Ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen Richten Mann So, ja so ist schon besser Ich hoffe man kann mich noch gut verstehen Dieser Popschutz, der macht mich wahnsinnig So Oh Jetzt ist gut Weiß ich wie ich das machen soll Wie viel bringt das eigentlich? Zwei? Krass Das ist mega effektiv Effektiv Younger Boom Digga 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 Mitbewohner Der Mitbewohner will doch gar nicht bei dir wohnen Lüge doch nicht Doch, der finde ich voll unattraktiv Der findet mich richtig geil Ach ja? Ist das so? Ja? Da hat er mir mal was anderes gesagt Ne, du lügst doch Nein Du bist ein Arsch Ne, bin ich nicht Ich lass die bittere Realität auf dich niederprasseln So sieht's aus Boah, ich krieche die Ja, ist mir jetzt auch scheißegal Hier jetzt Aus der Höhle raus Aus der Höhle Wer greift mich da an? Achso, ich hab nur Hunger Wer greift mich an? Das Essen greift mich an Nix Schlimmes also Auch eigentlich recht gefährlich Echt jetzt? Okay So, jetzt das hier noch überdachen Mann! Was ist das denn hier? Was ist denn los mit mir? Junge Ja, da frage ich mich auch häufiger Boah ey, ich könnte schon richtig ausrasten könnte ich So Wirklich? Ja Wirklich Eskaliert die Situation gleich? Die Situation ist schon lange eskaliert, okay Boah Ich muss hier mal ein paar Werkzeuge wegklatschen Boah 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 Wegklatschen, verstehst du? Haha Witzig Weggeklatscht Noch Boah 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 einem psychologischen Opfer zu tun. Fischst du gerade? Nein. Das ist der Kugelfisch aus den... Ach, der. Der giftige Kugelfisch, den ich gegessen habe und dann fast verreckt bin. Genau. Das war nicht lustig. Das war echt witzig. Nein, war es nicht. Das war absolut nicht funny. Oh, doch. Hältest du jetzt mal bitte deine Klappe? Nee. Doch, ich muss jetzt weiter farmen. Okay. Doch. Boah, Alter, ich hasse diesen Popschutz. Der ist eigentlich mega geil, aber er... Ah! Einen Moment. Ich muss meinen Popschutz mal eben wieder richten. Der Popschutz rastet hier schon echt aus. Ja, er hat auch irgendwie keine Lust mehr. Okay. Mann! So. Ja, der Popschutz ist wieder drauf. Ja, vielen Dank, scheiß Hexe, ey. Hexe? Wieso Hexe? Hexe wo? Was? Hexe? Ah! Hexe! Wurde vergiftet. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Regge nicht mehr. Du rechst nicht mehr. Du rechst nicht mehr. Oh. So. Du rechst nicht mehr ein bisschen bei mir. Wahrscheinlich ist es nicht der Server, sondern mein Internet. Warte, 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 wie viel? Vier Eisenblöcke, oder? Wollen wir mal vier Eisenblöcke? Ja, vier Eisenblöcke. Ja, 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 ja. Nee, ich brauche noch einen Kürbis. Eise. Wo kriegst du denn den her? Das freie mich auch noch. Ach du Scheiße, wo sind denn die Kürbisse? Weiß ich auch nicht. Irgendwie in Sumpfgebieten, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also würde ich auch als erstes mal nachgucken in Sumpfgebieten. So, wieder. Eisgebieten können die auch sein. Stimmt, stimmt. Hast du recht, hast du recht, ja. Das ist richtig. Ich bin echt schlau, ne? Du bist der Beste, Grubusch. Oh ja. Du bist nicht schlau, du bist der Schlauste, okay? Ja, sehe ich genauso. Nur, dass wir das mal eben kurz geklärt haben. Gut. So, nächste Nacht werde ich eindeutig nicht schlafen gehen. Warum nicht? Oh, wenn du mich einmal schlägst, ne, ich sag's dir. Hast du noch ein halbes Herz? Das ist nicht witzig. Eine, eine Spende. Was hast du mir gespendet? Ein Brot. Ah ja. Dankeschön. Bitte sehr. Mach es gut, mein Freund. Ich werde diese Spende für immer in, in, in... Okay, ich höre auf mit dem Laber, behindert in Gefahr. Boah, ey, ich brauche Knochenmehl. Gib mir einer Knochenmehl. Ich hab... Mhm, doch. Ich brauche echt Knochenmehl, Mann. Warte mal, wie viel? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun mal vier sind... Neun, 18, 17... Das gibt es nicht. Sechs und drei. Ich hab fast mein Mitbewohner. Ich brauch nur noch ein Kürbiss. Kürbis. Du brauchst noch ein Gebiss? Kürbis. Kürbis. Ich hab Gebiss verstanden. Er hat Gebiss verstanden. So funny. Gut. Aber das mit dem Dach, finde ich, sieht schon viel besser aus. Keine Ahnung warum, aber ich finde, das sieht knorke aus. So, warte ich es denn. Oh, das geht nicht. Das ist, das ist... Oh, das muss weg. Das muss sofort ersetzt werden. Das geht so ja mal gar nicht. Ich glaube, es hackt. Das ist ja... So. Jetzt ist aber mal genug. Jetzt ist auch... Ich bin voll gut angezogen, ey, mit meinem schönen Lederding. Wo hast du das Lederding hier? Ich könnte mir mal auch wieder eine etwas bessere Lederdingrüstung machen. Los unos momentos. Hab ich noch Leder, glaube ich. Mob drop da. Ein Leder. Okay, dann wird das doch nix. Ich hab so unfucking fassbar viel gebrannten Ton, aber einfach kein... Oh, das regt mich so auf. Ich hab geschätzte 500.000 Millionen gebrannten Tonen, aber kein einziges Knochen mehr, womit ich das und andersweise weiß machen könnte. Kann ich da nicht rauf? Oh, dann nieren, dass das weiß wird. Mann. Ja, voll. Genau, genau. Dann wird's nicht... Dann wird's auch weiß, nicht gelb. Oh, dann nieren, du Trottel. Ja. Das ist... Das Sperma ist nicht gelb. Urn... Ah, ja, okay. Hast du mir zugehört? Was... Nochmal sag, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Sperma ist nicht gelb. Was hast du davor gesagt? Onanieren. 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 Wichsen. Fäppen. Onan... Ja, ja. Was hast du... Du Trottel. Ich hab was anderes verstanden. Ja, ich merke das schon. Krassi, kratzi an die Nasi. Los, hier geht sie. Mit suchen. Kurubis für meinen Mietbewohner, aber dir keinen mitbringen. Oh, doch, bitte. Ich hab keinen Bock jetzt zu suchen. Ich will... Also, ich geh jetzt auf die Suche nach einem... Skeleton. 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 Wenn du doch eins findest, zufällig... Wollen wir nicht einfach jetzt mal zusammen auf eine Minentour gehen? Wollen wir nicht einfach zusammen mal die Welt erkunden? Das könnten wir auch machen. Und dann eventuell auf eine Minentour gehen. Oder die Welt erkunden, bis wir eine Mine gefunden haben. Nee, nee. Ich bin ja erstmal... ...für eine... Am wichtigsten, finde ich jetzt, wäre immer eine Wüste für ein bisschen mehr Glas. Ich hab kein Glas mehr und ich brauch für meine zweite Etage noch übelst viel Glas. Vor allem, weil ich ein sehr geräumiges, sehr großzügiges Schlafzimmer will mit sehr viel Glas. Ich hab nur noch 21 Glas und einen Sand. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja richtig knorkel. Jetzt will ich aber eben nachgucken, ob wir den roten Sand auch braten können. Come on! Wird daraus Glas? Bitte, bitte, bitte. Roter Sand wird gleich Glas, oder? Komm schon. Oder wird das rot getönter Glas? Wetten? Es wird ganz normales Glas! Äh, wir brauchen doch keine Wüste. Oh. Nice! Das ist bedauernswert. Äh, was wollte ich nochmal machen? Ja, stimmt. Ach, ich hab ja noch genug Spitzhacken. Ja, hast du nicht. Ich hab auch noch genug Spitzhacken. Willst du schlafen? Nee. Habst du doch gesagt, dass ich nicht schlafen gehe? Arsch. Die Folge ist 15 Minuten lang. Ich werde noch ein bisschen jetzt draußen nach Monstern suchen. Aber alle... In der nächsten Folge sagst du gehen, wir die Welt erkunden. Schaffst du noch eine Folge? Die Uhrzeit? Wo ist es denn? Es ist 19.43. Ja, okay. Dann lieber nicht. Ja, weil der Grubor schmussleider um 20 Uhr weg. Er hat etwas Tolles mit seinem Vater geplant und er freut sich da übelst drauf. Oder auch nicht. Ach, da fehlt ja auch noch Ton. Bin ich doof oder so? Oh nein. Da muss ja auch noch Ton rein. Oh. So. Kommt her, ihr Skeletons. Ihr werdet nun sterben. Highway to Hell. Oh yeah. Ja, Highway to Heal ist da. Skeletons. Ihr habt mich in den ersten Folgen jahrelang tyrannisiert. Eximius Strikes Back heißt diese Folge. Hm. Verrack. Die vorletzte Folge war doch Eximius der Religionsversteher oder sowas, ne? Genau. Das war der Wahnsinn. Das war ja eine richtig knorke Folge. Verrack. Ach, zwei. Ja, zwei. Zwei Knochen. Damit kann ich schon mal richtig viel anfangen. So, das nächste Skeleton war doch hier, oder? Da, hier sind voll viele Skeletons. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Vor allem mit meiner Rüstung. Ui. Uh, Skelett. Ui, 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 ui. Zombie, könntest du bitte aufhören? Einer will. Hä? Was bugt die Welt jetzt bei mir? Scheiße. Nein! Ich hoffe, ich bin jetzt nicht tot. Ist der Server gerade abgestürzt? Oder habe ich nur einen Disconnect? Scheiße. Zeitüberschreitung. Kann ich wieder beitreten? Bitte. Internet. Oh! Ja, okay. Ich glaube, mein Internet ist gerade abgekackt. Nein! Oh, komm schon. Das wäre jetzt mal richtig kacke. Lassen wir mal Internet los. Ich muss mal eben den Router wechseln. Wir haben ja nämlich so zwei Router. Komm schon, bitte. Komm schon. Liegt das jetzt an dem Upload? Nee, oder? An dem Upload, der ist ja schon ganz weit. Ja, okay. Mein Internet. Oh, es geht wieder. Geht's wieder? Gemacht. Oh, ich bin wieder da. Ich bin tot. Nein! Was war los bei dir? Ja, mein Internet war weg. Disconnect. Ah, ha, 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 ha. Oh, komm schon. Wie komme ich jetzt hier raus? Meine, das funktioniert alles bei mir nicht mehr. Mein ganzes Internet will nicht mehr. Ich muss meine Sachen wiederholen. Fuck. Da, da ist, da liegt meine XP. Komm her. Kommt her. Oh, mein Dierschwert. Oh. Das war das Wichtigste. Ich bin getroffen, ey. Nein. Ich bin auch tot. Nein. Bei mir backt gerade alles rum. Wo bin ich? Hä? Nein, ich bin irgendwo auferstanden. Kannst du ganz schnell zu mir nach Hause vergehen? Ja. Wo bist denn du wieder gespawnt? Ja, an unserem Anfangspunkt. Neben diesem Tempel. Da hast du nicht im Bett geschlafen? Hast du dein Bett umgesetzt? Nee, ich hab in meinem Bett doch gerade eben wieder geschlafen. Sind wir hingegangen? Äh, ich rette erst mal deine Sachen, ja? Wir sind? Ja. Komm, spawn am Tempel links. Wenn du auf den Tempel zugehst, 90 Grad links. Ah! Creeper. Was ist denn jetzt? Warte. Ich glaube, die Aufnahme ist bei mir abgebrochen. Ich bin mir aber nicht unsicher, weil ich einen Screenshot gemacht habe. Also, ne, dadurch bricht die Aufnahme nicht ab. Alter, der Server buggt bei mir übelst. Die Flaringen sind da oben. Nein, okay, das ist mein Internet. Ey, weh, ich hab jetzt wieder ein Disconnect. Komm, fick dich. Beim Dingsbums, du hast das Spiel verlassen. Ja, weil mein, bei mir buggt gerade alles rum. Ist das bei dir auch so? Ja, lol. What the fuck? Es geht gar nichts mehr. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ah, ich kann ausrasten. Aktualisieren. Ja, cool. Warum denn ausgerechnet jetzt? Ah, kein Internetzugriff. Oh. Ja, kein Internetzugriff. Warum? Warum, fuck, das ist doch so eine Scheiße hier. Das Internet hier ist voll kacke. Ich sag dir das. Ah. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger. Es tut mir sehr leid. Aber ich will einfach nur auf den Server kommen und eben wieder mit GoBush kommunizieren können. Gut. Kann ich in der Zeit ja was trinken? Schöne Scheiße jetzt. Hallo? Oh, ich bin wieder da. Mach mal schnell meine Sachen. Ja, mach mal schnell meine Sachen. Das wird jetzt eine Folge mit Überlänge. Das tut mir sehr leid. Also, ist ja auch scheißegal. Ich muss mal eben grobe ständige Sachen retten. Das buggt wieder bei mir. Du bist mir ja eigentlich verarschen. Ui, ui, ui. Da haben wir die Koordinaten schnell. Koordinaten 70, 500. Ah, ich, 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 nee, nee, ich hab mein Haus, ich hab mein Haus gefunden. Muss ich da jetzt nicht mehr hingehen? Ich hab mein Haus gefunden. Ist egal. Okay. Oh, Leute. Hebt diese Scheißsachen auf oder rennt einfach weg. Ich glaube, ich hab schon wieder ein Disconnect. Wetten? Weiß ich nicht. Ich könnte knapp werden mit den Sachen finden. Ja, ist das, nee, das hätt ich eher nach meinem Haus aus. What the fuck? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Jetzt nicht sterben. Nein, ich sterbe schon wieder. Hä? Es buggt alles bei mir rum. Mein ganzes Internet kackt gerade ab. Ey, komm schon. Ich belebe mich wieder. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Disconnected vom Server. What the fuck, Alter? Was ist das denn für eine Scheiße? Scheibenkleister, sagst du? Wiederbeleben. Oh, ich krieg ne Krise. Nicht nur Scheibenkleister. Richtige Scheiße ist das. Ich glaube, meine Sachen sind weg. So viele. Ich sag ja, die Nacht dürfen wir auf keinen Fall... Okay, diese Sachen, die spornen gerade alle. Und ich bin schon wieder tot, ey. Das ist ein Scherz. Ja, bei mir backt auch gerade alles rum. Bei mir geht gar nichts. Ich hab eingebrannt... Kacke ist sowas. Oh, 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 oh. Was war das denn? Oh, ich hab mein Dia-Shirt wieder. Warum krieg ich jetzt Schaden? Hey, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ich logge mich lieber, lieber... Ach, ganz schnell aus. So, hörst du mich noch, Gowash? Oh, nein. Ich hasse mein Internet. Das ist eine sehr lange Folge. Und ich logge mich lieber aus. Alter, was ist denn mit unserem Internet los? Ganz ehrlich, liebe Internetleute, macht, dass das Internet funktioniert. Ich wollte nur eine schöne Runde Minecraft-Ogazer aufnehmen. Er wollte ich nicht machen. Ja. Schön. Kein Internetzugriff, ne? Ja. Kein Internetzugriff. Wieder Disconnect. Oh, Leute. Wird wahnsinnig. Oh, Leute. Komm schon. Wie ich das hasse. Ja, natürlich. Einzel-Spieler. Zack. Jetzt ist meine Maus auch noch leer. Ich glaub's auch. Ich hab hier ein paar mehr Welten. Ich weiß. Das war, wenn jemand... Kann ich mal gucken, ob ich da irgendwas mal eine Let's-Show-Zumache. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja... Minday. Boah. Das sind ja alles Welten, die... Wie alt ist die schon? Die ist bestimmt schon zwei Jahre alt. Oh, ja, ja, ja. Geht Internet wieder? Internet, geht wieder. Yay. Vielleicht das Internet. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Internet ist grad wieder voll ich am abkacken. Ich bin schon wieder tot! Hast du die Aufnahme schon beendet? Nein. Wo ist mein Diaschwert? Mein Diaschwert ist weg. Da liegt es. Oh, Diaschwert. Komm her. Bei mir packt alles rum. Alles packt rum. Ich kann nix aufheben. Jetzt ist alles hier da. Warum auch immer. Es ist richtig kacke. Es sind 5000 Sachen weg. Wegen ist mein Diaschwert noch da. Das war alles, was ich will. Das ist ja richtig viel. Gut, das war's. Die Folge ist etwas länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn das gerade die letzten 5 Minuten richtig scheiße behindert waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare irgendwelche Überbesserungsvorschläge und spammt die Internetleute zu, dass die machen sollen, dass das Internet wieder geht. Ja, und ich werde jetzt gucken, dass ich nochmal irgendwie... Hier liegt meine Sachen. Ja, ich werde auch mal eben gucken, ob hier oben noch ein paar Sachen von mir liegen. Ähm, ja. Sonst in die Kommentare alle drei knallen und dann sehen wir uns... Hier liegt nix mehr. In der nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.